Es muss vom Geschmack her, muss auf jeden Fall so gemacht sein, nicht salzig, aber würzig und was natürlich auch wichtig ist, dass es nicht zu streng ist, wenn man es hier isst, dass aber auch nicht so geschadet drin sind, dass man sagt, das bleibt mir im Augenblick und das muss eigentlich von der Geschmack her wieder passen. Versuch Nummer 436 Gebt sein Lied von den Essen Alle essen was? Russisch ist der Wodka Deutsch ist der Bräsel Italisch ist Pizza Chinesisch ist Schi-Täppchen Englisch ist der Tee Indisch ist der Kuri Amerikisch ist der Burgi Doch was ist Türkisch? Sucuk 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 Türkisch ist der Sucuk 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 Türkisch liebt der Sucuk Sucuk Versuch Sucuk 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 Wir befinden uns nun in den Anflug auf die zweite Strophe. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck an der Tür, sämtliche Drogen verwahren Sie bitte in den Schließfächern. Wir nehmen hier keine Drogen. Drogen sind böse. Türkisch hat nix essen. Türkisch hat ganz Tisch. Ist da drauf die Essen? Alles super frisch. Ist da drauf die Döner? Döner mit Salat. Und eine Pommendöner. Und eine Döne. Doch der Beste fehlt. Meine Mama macht den Küchen. Kommt der gleich herein. Und alle essen Schwein. Warte mal, das ist doch Aram, oder? Schnellschiff. 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 Penis.